Guten Tag für den hellen Herrscher, ich bin's wieder, Exodia Black. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, wir gehen heute... Naja, ich will ja auch sehen, wie es weitergeht. Machen wir Aufträge? Ihr seht, der helle Herrscher hierfür verfügbar auf Gorgorod. Gut, ich würde sagen, wir haben die Festung Mordors erobert. Dann wird es Zeit, den Kampf nach Barad-Dur zu bringen und zu sauren. Achso, sorry, ich muss nochmal eben mal nachgucken, ob ich dann auch alles so hingekriegt, hingetackert habe. Wie ich das wollte. Äh, Gefolgsleute erzirnen, okay. Das habe ich, das habe ich. Okay, ich habe alles. Na dann. Und hoch. Und los geht's. Wo? Wo? Ach, da. Äh. Ich weiß gar nicht, wo das ist. So geht's schon mal los. Gut, dann gehen wir mal runter. Okay. Ich würde sagen, nicht lang schnacken, Köpfe abhacken. Unser Heer ist bereit. Und Zauron wartet. Schatten und Flamme, Akt 3. Dahlion. Dies ist dein Schicksal. Ischildur wartet. Wir bringen den Krieg zu ihnen. Wir haben zwar die Festung in Mordos erobert. Doch noch gehört es nicht uns. Zaurons Armee nähert sich, bereit uns allesamt zu vernichten. Doch wir werden nicht in seinem Bann sterben. Wir sind keine Diener des dunklen Herrn. Wir ziehen Wacker in die Schlacht. Und machen dieses Land zu unserem. Ihr kämpft für Mordor. Ihr kämpft für den hellen Herrscher. Oh, oh. Wow. Geil. Na dann, schauen wir mal. Beschuss sicher. Du hast dich gut geschlagen. Gut. Doch nun hast du viele Feinde in Mordor. Ja. Heute zahlst du den Preis. Nein. Na dann. Ihr kämpft für den Kampf mit dir. Ja. Leider Mann mit Spielzeugarmee. Okay. Wir spielten schon mal. Wir spielen nochmal. Oh. Nein, nein. Oh, er ist erzündet durch Buhre-Gipfe. So. Oh Gott. Oh Gott. Er zündet durch Feuer. Ja, 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 ja. Ach, das ist meiner. Der Favourite. Ja. Wo bin ich? Ja, 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 nächste Woche. Wer bist du denn? Eine Menge Spaß. Aber das Beste, komm zum Schluss. Du wirst Qualen leiden. Ich kann es kaum erwarten. Nein, nicht meine. Ja, ja. Oh, ja, mein Freund. Halt, 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 halt. So. Ja. Ja. Ich rekrutiere alles, was geht. Oh, aha. Gut. Dann will ich sagen, tschüss. Na, komm schon. Mist. Ja, ja. Er ist verbrannt. So. Nu. Ach du Schander. Ne. Den Orks helfen? Wo sind denn? Ah. Den Orks helfen? Oh. Oh. Ah. Ja. Dich will ich haben. Morg. Bist du beschusssicher? Nein. Hast du eisernen Wille? Nein. Ah. 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 Oh Gott. Wir beide wussten, es würde so enden. Ja. Boah. Dein finaler Niedergang. Mein größter Triumph. Ich bin am Zittern, ja. Halt, 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 halt. Jawoll. Ach, ehrlich. Äh, rekrutieren. Ja. Gut. Äh, nein. Wenn ich weiter kämpfe. Okay. Jetzt bin ich schwächer. Au, 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 au. Au, 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 au. Nein, 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 nein. Ja. Rekrutieren. Jetzt wird durch Schwäche. Na, na, na. Jawoll. Gut. Äh, weitermachen. Ich schütze dich, Herr. Na dann. Bin ich ja zufrieden. Ui, ei, ei. Au, der ist gleich erledigt. Hu, 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 hu. Mom, der Sackl. Äh. Ha, 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 ha. Brusi. Okay. Da. Muss ich hin. So. Und nun? Äh, hallo? Ähm. Ah. Okay. Okay. Ja, 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 ja. Dies ist das Schicksal von Königin und Menschen. Okay. Äh, hallo? Ja, 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 ja. Ich bin da und er ist weg für mich in diesem Bereich. Ja, 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 ja. Äh, hallo? Äh, hallo? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ey, ich hab doch geblockt. Ja, das ist ja auch gut so. Nein, 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 nein. Wo ist der? Ey, wo ist der? Wie lange macht der dann noch hier? Der ist jetzt scheiße. Nein, nein. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Nein. Ja. Wo ist der? Sag mal. Ach so. Okay. Wie lange macht der dann noch? Hoffentlich gilt der nicht meine. Äh, wo ist denn der? Hey, sag mal. Wo ist der? Ich seh nix. Ich seh überhaupt nix. Ich seh gar nix. Ich seh gar nix. Ich seh gar nix. Ich seh gar nix. Ich kann nur... her... schw... 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 ich weiß nicht, was ich machen soll. Ehrlich nicht. Ich krieg den nicht. Ich muss da raus. Schw... schw... Ich weiß nicht, wie ich muss. Ich weiß nicht, wie ich bin. Ich komme zum Eisen, aber nicht. Ich mache mich nicht. Ich komme zum Eisen, aber nicht. Ich erscheine. ja ja ich weiß echt nicht was ich machen soll ich denke gar nicht ich bin nur hier am hin und her nein 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 wo ist der nein 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 aber meine augen tränen alles ja nein nicht der mensch so dann habe ich das mal wieder gemacht tut mir leid junge da ist er da ist er da ist er da ist er nein ja Boah, leck ich mich in den Arsch. Leckofonny, ey. Leckofonny, ey. Ich bin der Herr des Rings. Ich bin der Herr des Rings. Du wirst mir auf ewig dienen. Du bist mein. Das kann ich nicht zulassen. Isildur, ich erlöse dich. Ich bin der Herr des Rings. Finde Frieden im Tod. Es oblag nicht dir, ihn zu erlösen. Und dir nicht, ihn zu versklaven. Er tat mehr als das. Ihr bracht Saurons Macht. Ihr habt ihn beherrscht. Und ich werde auch Sauron beherrschen. Seine Armee wird mir gehören. Wir sollen Sauron zerstören. Sauron kann nicht zerstört werden. Celebrimboa hat recht. Wir kämpfen und kämpfen, doch das Böse kehrt immer zurück. Talion, wir können es beenden. Mordor muss ins Licht zurückgeführt werden. Nicht in die Dunkelheit. Ich tausche nicht ein dunklen Herrn für den nächsten. Das ist nicht das Ende, für das ich gekämpft habe. Aber du kämpfst diesen Kampf nicht allein. Nein, tut er nicht. Es geht hier nicht um deine Rache. Oder meine, um die Ordnung in Mordor wiederherzustellen. In ganz Mittelerde. Das Ende, für das du gekämpft hast. Du bist nur ein Gefäß. Und es gibt noch andere. Lady Galadriel schickte dich nicht ohne Grund. Gemeinsam können wir Sauron in die Knie zwingen. Wir beenden, was unser Volk begann. Vor solanger Zeit. Das Ende, was unser Volk begann. Unsere Opfer sind nicht umsonst. Das ist der einzige Weg. Das ist der einzige Weg. Sieh dir deine Zukunft an. Ein heller Herrscher statt eines Dunklen. Du armseliger Mann. Ich gab dir die Sicht und dennoch siehst du nicht. Du zeigtest mir ein Schicksal ohne Ausweg. Du irrst dich. Als du und Celebrimbo einen neuen Ring der Macht erschuf, sah ich, wo dein Pfad endet. Im Gefecht mit Sauron auf den Zinnen von Barad-Dur. Und du gewannst. Sauron wurde versklavt und der helle Herrscher trat an seine Stelle. Mordors marschierten unter seinem Banner. Und Mittelerde fiel ihm anheim. Das ist die Zukunft, gegen die ich kämpfte. Die du verhindert hast. Denn du sahst Celebrimbo als das, was er ist. Nein. Dein Krieg ist nicht vorüber, Talion. Ob nun ein heller oder dunkler Herrscher in Barad-Dur regiert. Das Gleichgewicht muss gewahrt bleiben. Oder ganz Mittelerde wird fallen. Minas Morgul. Ja. Von dort aus kannst du Mordor Einhalt gebieten. Weh. Der Ring ist fort. Ich fragte dich einst. Wie viel bist du bereit zu opfern? Öffne die Augen, Talion. Du bist innól, minst. Wir befinden dich. Wir befinden dich. Wenn es mit dem Begegeben.